besser aus außen rum oder innen muss denn hier besser außen oder in klar ich bin immer nackig hast du gesehen wenn du da so wieder eingeblendet wirst wie sie ganz nackig ein moment der nackigkeit glaube ich war in es bestimmt besser genau so gut geklappt super schatz läuft bei dir also da läuft er bei mir wieso ist denn da so weit auseinander aber sehe ich da nicht illusion ich muss mich einfach konzentrieren das ist alles nur eine illusion da kann ich da so laufen und da so laufen da kann ich noch mal ja aber wieso darfst du weg ich dachte wir spielen hier zusammen ich aber du hast auch nicht auf mich gewartet was war das jetzt ein geräusch habe das geräusch was ist da verraten geräusch ist nein du möchtest auf mich warten was mache ich da darf das schwarze nicht berühren ach ich darf das schwarze nicht berühren ich habe gedacht der drohte nicht berühren das habe ich wollte also ich darf da rein hüpfen oder was nein ich habe in dem drin ist ja die schwarze verstehe nicht ich darf das was darf ich denn da jetzt nicht berühren ja schön jetzt haben wir alle gehörschaden was habe ich was 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 ich habe das nicht verstanden da darf ich jetzt drauf da darf ich drauf da darf ich drauf muss auf dem ring bleiben das ist ja nicht so einfach die 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 ich bin ich begabt ach da kann man auch rein hüpfen jetzt habe ich dann ist das wie einfach die sie naht aber nichts muss man nicht wieder erraten die sehner ja ich habe ja die sie an die verräten denn da haben die ersten zwei waren richtig dann gehen wir davon so also erst zwei sind richtig dann gehen wir dahin dann sind die zwei richtig ja ok das ist ja wie memory der ist richtig der ist richtig der ist richtig dann kann ihr nur der richtig sein dann ist der richtig und dann ist ja der richtig ich bin der totale checker ich bin da drüber gelaufen okay was machen da zeit gehen zur seite gehen zur seite gehen wie zur seite dann ja zur seite und du darfst du nicht berühren hallo rotes ich darf dich nicht berühren hallo rotes ich hab dich berührt hat er mit so mann tolles rotes wieso fliege ich so lange ich bin ich hätte gern das urteil bitte gibt mir das rot wieso bist du schon wieder da jetzt hast du mich orientiert ihre wie lange dauert das spiel ja noch bis wir am ende sind sofort eingebunden was anderes zu spielen nein das sehen wir jetzt hier durch bis der arzt kommt und dann weil er als kommt der arzt kann nicht kommen und daher klar können er kommen gibt ja auch hausärzte die sind aber schon die elemente lesen aber total toll die sind ja total toll elementar da kann man so drauf rum und habe ich das element bist und ich bin der quietscher in schon ich probiere es mal dem team die dem ist ein bisschen unscharf sie sind es unscharf die 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 aber mir klar war mir klar der sie da auch und die die sind breit dann muss man aufpassen die sind sehr breit jetzt herrscher telefonieren ich muss ganz dringend hier das schafft das auch nicht nicht nur ich bin kein nix experte sind das auch kein nix experte so schrecklich sogar hast du geschafft hast ja wir spielen jetzt hier gerade was anders du weißt schon dass der video aufnehmen und da nicht jetzt hier von anderen spielen 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 und unterhalten immer diese plagen kann ich ja durchgehen und du bist eine plage keine plage durchgehen ohne problem zeit seid ihr alle kann ich auch nichts dafür sollt ihr alle hallo das ist verbotenes wort ausgepiepst ja wer bieten hat oder wer bearbeitet in der video nachträglich du oder ich habe keine lust um aber ich dachte ja das ist auch gut so und wenn du jetzt weiter meckerst dann mache ich deinen ton aus klar ich habe sie hast das auch nicht geschafft ich denke du bist hier der experte einer von uns muss jetzt hier durch wieso was ist denn das problem ist das jaube konzentriert genau ja das ist doch ein bug ich bin gut na gott sei dank da einer ist schon mal durch ein leben ist gerettet ein leben ist gerettet und ich bin nach wie vor dort ja ich bin schon lange nicht mehr geflogen ich fand auch nicht so zeit mal wieder zu fliegen so richtig kommen ist mein tochter dadurch langweilte ich mache das schon mal die nächsten level geht das schon mal ab dass den papa doch alleine aha jetzt mal doch pause soll sagt mir den trick kommt doch da muss ein trick du hast nur bestimmt tricks du hast bestimmt gescheedet irgendein sheet hast angewendet oder du bist ja total weg da gibt es da bin ich sicher wir müssen roma kids oder easter eggs oder komische ostereier programmierer verstecken immer easter eggs in ihrem programmieren in ihrem programm das ist immer schon so weil es ostern genau kriegen wir linda linda werbung du kriegst gar nichts kriegst du das wird du kriegst das weiß ich würde auch so da siehst du was du kriegst wo bin ich dahin geblieben ich habe nichts gesehen was ist denn da sie da kannst du mal von deiner seite aus gucken wo ich da hängen bleiben weil ich gehe jetzt hier durch guck mal so und jetzt bin ich hier an dem gelben so wo ist das problem wenn jetzt hier schräg springe ich das nicht dann hängst du ja mit dem arm daran okay also ein bisschen drüber so besser so bis hier sicher ja noch ein bisschen guck mal schön jetzt krieg ich hier so ein geschenke gedönsel ich soll ja was kaufen jetzt bitte kein fehler machen ich will ja endlich durch ich habe keine lust auf fehler so siehner nein okay warte ich bin schon auf schritt zurück so siehner das ist doch was für mich hier das ist doch schön das macht spaß das macht spaß da kann man durch mal war spannend war ja wo weit wäre ich wollte nur das abbrechen drücken deswegen bin ich darunter gefallen ja ich bin ich weiß auch nicht die gefällt mir so diese durchsichtige gedönsel finde ich total total cool bin ich da wo bin ich denn ach so ja bitte so und und ist das ende schon in sicht hast du es schon gesehen da ist das ende bei den ganzen häuser gott da sind wir nur 30 stunden unterwegs jammer auf da 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 kann man da bestimmt auch nicht laufen da kann man so ja klar ich fliege zu dir warte da ist irgendwas in der luft sie empfindet spinner auf jeden fall wieso siehst du das ich sehe was dahinter und ja aber das ist bei mir nicht ja das ist was war das fließband das ist ja cool fließband ist gut natürlich sehe sehe ich auch gerade kann man gar nicht das ist ja die die laufen da so behindert wie will man denn da so behindert ich bin kurz war und gott da hast du zu früh gefreut aber das ist wirklich schwer das ist ja nur ein scheiß fehler hä wie geht denn das wie machst du denn das oh das ist ja schwer ich habe eine strategie es gibt keine strategie natürlich hat sollte ich glaube dass das ist so blöd da mich zu blöd wir einfach das problem ist ich kann nicht so rechts links wenn ich hier rechts rückgabe geht ja nicht richtig nichts über vorwärtsrecht das problem ist ich kann nicht so einfach wie du drehen wird ist mit dem handy kann ich mit der maus ich kann mich mal wieder gemacht ich kann daraus boom erbiegen kannst du das war sich da ist noch nicht ich bin fast am ende engel können fliegen sagte sie entspannt hast du mich gesehen hast aber gesehen die taktik ist gar nicht so schlecht durch das sprengen verlangsam ich mein ja ich habe ich das ja jetzt aber warum tust du das hast du das noch nicht geschafft sieht das so aus schatz sagen wir das ist jetzt nicht dein ernst dass du das gerade fragst oder was schade habe ich doch hätte es geschafft ja ich bin ein das macht ein ganz ganz ein wenig hektisch würde mich fragt sogar wenn es hier so blöder blödmanns abbrecher gedauert sich am ziel da drauf du bist am ziel nein aber fast ich kann nicht gucken ich bin gerade im hüpfen bei dem dann bin ich empfehlen die eindeutig einfach das war doch eine gute taktik also nicht das mit dem springen sondern einfach so gerade wenn du das gerade gemacht ja ich mache das ich habe jetzt jetzt habe ich raus das sagte er und stoppt hört man mich überhaupt natürlich bin ich so gut wie mich war ich bin ja der boss dieser charakter dieser kaufen kaufen wir wollen wir wollen nur kaputt machen das was du gerade gemacht hast war viel klüger nicht das papa darf ich weitermachen na klar ich wollte ich schon ein irgendwann das glaube ich in zehn lang wieso sehe ich das ding ist so schlecht heute ich könnte noch näher ran ja das kann ich mal probieren das ach guck mal wird das direkt lauter ist doch cool ok mhm um Ah!